Das ist ihre Meinung. Ich glaube nicht, dass Renju dasselbe gefühlt hat. Sie fangen langsam an, mich aggressiv zu machen. Ich habe ihre Fragen beantwortet, also hier sind sie. Date, es gibt keinen Punkt, um das sozusagen einfach so durchgehen zu lassen. Sie lügt, das ist ganz klar. Du, du warst aber vorher ziemlich überzeugt. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass sie der Killer ist. Ich bin die Killerin, ich bin es! Nun, ich glaube, wir müssen echt nach ziemlich harten Beweisen suchen. Der Ruhoki Man Schokolade hat Mayumi sozusagen, die Mayumi gekauft hatte, wurde im Warenhaus aufgefunden. Wenn Mayumi am Tatort war, noch bevor Ota dort ankam, muss sie vielleicht den Täter, also das Gesicht des Täters erkannt haben. Du weißt ganz genau, was ich sagen will, oder? Date, synchronisiere mit ihr. Ich habe es schon geahnt. Vielleicht finden wir ja jetzt was raus. Jura, wir werden jetzt mit Mayumi Matsushita synchronisieren. Bereite die Maschine vor. Nun, äh... Was ist passiert? Die Synchronisationsmaschine hat Kapazitätsprobleme. Äh, die Synchronisierung von gestern. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ota und Date waren wohl nicht sehr kompatibel. Kompatibel? Ich werde es euch besser veranschaulichen. Damit die Synchronisation reibungslos funktioniert, muss ich die Maschine wirklich hart drücken. Oder heftig drücken. Und nun reagiert es nicht. Und wie lange dauert das, bis das repariert wird? Äh, ungefähr 16 Stunden. Du hast 8. Das ist unmöglich. Also können wir jetzt nicht synchronisieren, hä? Wir müssen, sonst führt unsere Ermittlung nirgendwo hin. Date, wir können ja ins Matsushita Diner gehen. Vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Gute Idee. Ich habe es Boss und Pewter wissen lassen. Okay. Pewter, wir zählen auf deine Reparatur. Wir kommen wieder in 6 Stunden zurück. Aber, du sagst es doch 8. Bitte, du musst mir wenigstens 8 geben. Gib mir wenigstens 8. Ach, Pewter. Always so humble. He'll have it done in 6. Ach, Pewter. Du hast überhaupt kein richtiges Selbstwertgefühl. Du schaffst es in 6 Stunden. Ja, Pewter ist einfach dieser Typ, weißt du? Hey, das ist schon fast eine Geiselnahme. Oh Gott. Boah, ist das mies. Boah. So, ich glaube, wir machen hier schon mal ein kleines Päuschen. Also, beziehungsweise kein kleines Päuschen, sondern ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich würde mal sagen, für heute war es das erst mal mit AI Assembling Files. Und ich denke mal, am Freitag geht es dann weiter hier mit AI Assembling Files. Ungefähr so um 20 Uhr. Allerspätestens 20.30 Uhr. Bis 22 Uhr, 22.30 Uhr. Und für die Leute unter euch, die jetzt hier weiter dranbleiben möchten, seht ihr gleich direkt den Demo-Dienstag. Und ja, dann werden wir nämlich noch weiter mit Octopath Traveler eine Sache rangehen. Und ich glaube, dieses Mal ist, glaube ich, Primbrows dran. Deswegen seid gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. 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 Bis gleich.